...dodgen, ordentlich ablegen, flächendodgen, kommt die Healflächen rein von den Heilern und dann liegt der Boss einfach. Sieht bei jedem, wenn ihr Lower droppt, also von nem Pillar Explosion müsst ihr immer fast getoppt sein zumindest. Sonst ein Half-Pot oder so. Auch Healer können auch Half-Pots nutzen, ja? Ja, hab ich verkommen. Jungs, meint ihr eigentlich, ich bin doof? Weiß nicht, ja. Lasst bitte spielen, bitte, spielen, 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 spielen. Danke. Gut. Rechts daten. So, range is spreaden jetzt. Gut, du läufst davor. Bleib stehen. Dann wieder in die Healflächen reinkommen. Dann müssen wir eh gleich wieder soaken dort. Wie das immer so langsam macht, ein paar Sklobos rausbringt, bisschen Moven und so. Dann können wir auch noch was davon machen. Dann können wir auch noch was davon machen. Wir werden. Komm zu dir, Teddy, passt. Wir müssen abstacken, easy. Und Noel, pass auf, vielleicht in Melee. Stack ab, Jungs. Komm. Teddy, roar gleich mal. Wir stehen hier grad ein bisschen fucked. Wir können hier uns ja schätzen. Ich stehe jetzt ins Millicamp. Wir stehen alle so scheiße. Ja, Rangers, wir laufen einfach gerade dann. Dann kannst du die Millicamps laufen zu dem Gate. Koko, du läufst immer weg, Koko. Abstacken, immer direkt abstacken. Da wieder rein jetzt. Flaschen wir mit irgendjemandem abstacken. Bin ich zum Schluss drauf. Wenn die Healflächen rein. Indies rechts. Nach wieder spreaden. Wir kennen die Compte nämlich. Wir gucken wieder. Da wo Teddy steht zum Beispiel. Ich komm da hin in die Lücke. Ist ein guter Punkt. Die Melee ist auch von da vorne aus so. Wenn die Kosten ja scheiße sind, ist das auch nicht so schlimm. Ja, ihr müsst getoppt sein. Millis rechts. Spreadet euch gleich wieder, Rangers. Wieder rechts. Stehen bleiben. Station kommt wieder. Kommt das Millicamp. Macht das alte Gate bitte wieder weg. Ranges sonst laufen. Es geht ein bisschen weiter vorne. Danach. Gehen bleiben. Der Rough Plus kommt jetzt wieder. Pass auf Leatra. Hier müsst ihr getoppt sein. Jesus sonst, wenn ihr low seid. Wer die Hut gleich abstacken. Kommen wir ins Millicamp. Fast. Wieder in Healflächen. Hier kommt jetzt Schaden rein. Devs CD ist sonst. Seapots. Bin nö. Mitis rechts playten. Der ist verdächtig. Stehen bleiben. Moelle auch du stehen bleiben. Komm. Wir suchen jetzt gleich wieder. Da reingehen. Vielleicht bisschen auf Cricky achten. Bei dem Pillar. Ja. Klappt was. Melee ist rechts. Wir dodgen nach links. Okay. Das ist eng. So. Wieder spreaden. Ranges. Stop sonder. Der muss gleich einer mit. Okay. Was? Ich bin noch. Alles gut. Alles gut. Wieder zusammenkommen. Jetzt haben wir gleich wieder Annihilation. Der Boss ist super low. Bei dem nächsten gleich alle Immunities ziehen. Die die haben. Oder starke Dev CDs. Ja. Kann auch nö. In der Welt abgeben. Ich hab noch Pausch. Ne. Ich hab noch Pausch. Ich hab noch Pausch. Ich hab noch. Von mir Lerter. Ja. Ach Jungs. Ihr müsst schon noch kurz warten. Oh. Da war scheiß in der Mitte. Absteig. Alles gut. Ich kann nicht bleiben. Jemand muss mit mir. Oh. Die kriege ich mir da. Der Boss sind ab. Der Boss sind ab. Der Boss sind ab. Der Boss ist jetzt alle. Ihr müsst ja Melee sein und sowas. Melee ist rechts. So ist gleich wieder spreaden. Macht langsam mit dem Upstacken. Ja. Ja. Kontiniert auch. Macht langsam. Macht langsam. Noel und range. Kommst du dir Bucklum? Irgendwenn wir noch n' bei mir? Der hat noch? Ein bisschen zu den Melee sind. Er hat noch? Entspann. Jetzt gleich Rockcross machen. Beim blauen Spieler mag spielen wir den. Ja. Wir kosten die Flächen dafür reinlippen. Wenn ihr Pillar habt. Oder dahinter gehen ein bisschen. Vorgleich. Pains up. Fabi. Pains up. Pains up. Fcds. 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 Hier vorne in den Flächen. Hier alles hinlegen. Wenn ihr was habt. Bin ich ganz abtaunten? Also hört schon mal zu. Falls gleich noch mal Anni-Lation kommt. Wir gehen nach rechts. Halt die Healer. Die Tanks meine ich. Ja habt ihr gehört. Wir gehen dann nach rechts. Spreaden wieder. Halt. 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 Dort ist alles legen. Legt alles hin. Die Tave-Pots. Barrier. P-Shot läuft auch noch. Woh! Sehr schön. Super, super cool! Mäts auch! Meins auch! Ich bin noch drin. Nur Müll loot, alles gut. Ich kreuz doch!